Willkommen zurück zu Resident Evil 6. Das letzte Mal haben wir unglaublich viel geschafft. Wir haben einen Helikopter abgeschossen, wir haben unglaublich viele Chavos getötet. Wir waren auf dem Spielplatz. Das war eigentlich das Wichtigste, oder? Habe ich was vergessen? Nö. Ja, und auf dem Spielplatz. Das war so toll. Nochmal, ne? Ja, und so. Toll. Ich will nochmal auf den Spielplatz, ja. Und Pierce konnte auch was machen. Das ist auch so toll. Ja, das war echt schön. Aber nein, wir haben leider einen Job zu erledigen. Gern. Ich will mich hier rumzuirren. Ah, oh, jetzt bist du mal. Muss auch mal sein, ne? Er hat schnell gesagt, ob ich es zählt. Jetzt ist Pierce in Führung hier. Naja. Muss auch mal sein. Rollentausch hier. Hier, hier, hier. Naja. Der debute Chris hier. Oh, Mann. Hierher. Ja, nee. Hierher. Genau dahin. Ja. Genau da will ich dich haben. Oh Gott, wie Panne. Neon! Ganz ruhig, ganz ruhig. Schnucki, da bist du ja. Es ist nur ein Mann. Oh, und was für ein Mann. Mit einem verdammten Zitzen im Haarschnitt. Ah, ja. Und die fallen hinter. Ja, wir spielen jetzt wieder weiter. Ja, verfolgen sie die BOW. Warte mal, ich schenke mir gerade was ein hier. Mach doch. Damit meine Kehle nicht durstet. Geh mal vor. Ja, ja. Geh nur mal vor. Erste den Geschenk. Hier, hol dich schon. Bin ich zuversichtlich. Das bist du. Ja, ich geb dir einen Vorsprung. Was bist denn du für ein toller Partner? Natürlich. Sauber. Chris, erst mal sauber machen, dann kommt der Chris. Ah, ich hab noch ein Abzeichen. Jaha. So, du, du sollst ohne mich machen. So. Mach das Abzeichen auch mal kaputt. Was hab ich denn für eine Waffe? Na, die normale erstmal. Ach man, aber Heilung ist momentan ziemlich rar. Das ist halt kommt mir so vor. Was hast du mit deiner Heilung? Du kriegst keine. Jaja, das merk ich schon. Ich bin ja auch normal. Deswegen gibt's ja keine Heilung. Ja doch, haben sie schon, aber... Iiii, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh nein, jetzt geht's los. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich hab mir keine Angst hier. Wohl, Angst. Witzig. Was wir im letzten Part schon angekündigt hatten, wird jetzt... Oh, guck mal, John. Ein Raum, zwei Männer. Vergiss es. Ganz allein. Das soll ich mir auch ganz bestimmt nicht angucken. Nee. 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 Ich will nicht. Ich will nicht. Eber. Da gucke ich lieber ein bisschen Klotze. Also läuft nix. Oh, ist das eben zu viel Impuls. Wer hat hier wohl gewohnt, um den Postern zu urteilen? Keine Ahnung. Bei The Last of Us konnte man das irgendwie besser interpretieren. Oh, da ist ein Zeichen. Oh, du bist auch so... Der hat das Zeichen als Kissen benutzt. Oh. Da, 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 da. Ich glaube, ich leg erstmal eine andere Waffe ein. Schlange? Warum zeigt sich das Ding nicht? Ja, hast du das Ding nicht gesehen, oder was? Ich hab's nur gehört. Oh, weit, weit weg. Ich weiß auch nicht, wo du dahin krabbelst. Äh, mein, 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 da bin ich hergekommen. Oh Gott, jetzt geh ich schon wieder los. Oder doch nicht? Oh nein. Wo bist denn du? Oh Gott. Ah, ich glaub, ich bin richtig, oder? Nee. 6, 7, 7. Hä? Moment, 6, 5, 4, 3. Ich bin ganz nah bei dir. Oh, die Treppe runter. Ach so. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich die Treppe finde. Wo sind die Treppe? Oh, sowas hasse ich, ey. Das war wie bei Alu. Da hat man, äh, also der Pianist, meine ich. Da hat man so eine ähnliche Szene. Moment, da ist noch was. Ich hab was gefunden. Warte mal. Ich brauch noch einen Moment. Ich sammle hier gerade Items. Oh Gott. Ja, ich kann mir meine Geschichte erzählen. Wo ist denn das Keller? Äh, wo geht's denn hier runter? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe gerade chinesische Schriftzeichen an der Wand. Ah, jetzt bist du auf meiner Ebene, oder? Ich muss sagen, diese Innenaufstattung hat schon was. Also diese, diese japanische Flair ist nicht zu übersehen. Der ist echt toll. Komm mal zurück und lots mich. Ich, ich, ich raff's echt nicht. Moment. Kann ich noch von der Tür weggehen? Ja, mit, äh, der anderen Taste. Mit der anderen Taste. Es gibt so viele Tasts. Achso, ich hab's, ich hab's, ja. Ich komme. Wie war das vorhin? Du rennst mir vor. Ich seh's, wie du immer vorrennst. Nee, diesmal nicht. Es ist diese Häuser verwirrungs... Ich... Nee, oder? Nee, hier... Oh, Mann, ich raff's nicht. Hilf mir mal. Wo bist denn du? Oder bin ich? Du bist 80.000 Kilometer von mir entfernt. Ich hab's... Nee, hier geht's, äh... Oh, Leute, es tut mir leid. Wo bist denn du? Guck mal, Schnucki, hier. Komm mir mal entgegen. Ich bin hier. Okay, jetzt hab ich dich. Okay, ich folg dir. Gut, so. Nicht so schnell. Hier. Runter. Was? Moment, Moment. Da rein? Hier lang. Ja, da war ich doch schon tausendmal. Hier runter. Hä? Das versteh ich nicht. Und jetzt an die Tür. Aber ich war hier schon so oft. Seltsam. Wie ich ja wahrscheinlich dachte, ich da geht's zurück und dann hab ich mir verkehrt gemacht. Das hab ich vermisst. Was machst du denn, Pierce? Warum hast du deine Waffe oben? Ja, Dankst. Automatisch. Warum machst du die oben? Vielleicht passiert irgendwas. Das ist gut. Oh, Pierce. Das war ein Schlummerfehler, my friend. Ich glaube auch. Selbst schuld. Yay, die große Schlange. Die Selbstschlange. Vier Set. Captain, warten Sie! Ich komm nicht hinterher! Ja, genau. Ja. Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser KvK-Sektion gedacht? Ich hab's genau gesehen. Das sind meine Männer. Entweder sie folgen mir oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Sorry. Oh, jetzt geht's los. Oh, ho, ho. Das könnt ihr an... Was bist du für... Böner! Können wir mal so runtermachen. Du Wichser! Nicht einfach so was von der Seite anzumachen. Ach ja, ich lieb den Spruch. Das sind meine Männer. Ja, den kriegt Chris auch noch richtig fett in seine Fresse. Da freue ich mich... Da freue ich mich richtig drauf. Das glaube ich, ja. Den werden wir... Guck mal, Chris. Hier sind sogar... Ne? Hier sind sogar Betten. Betten? Cool. Ja. Doppelbett. Na? Nein, heute nicht. Ich möchte jetzt nicht schlafen. Ne. So, John, ich bin dran. Hm, was gibt's denn hier? Fine, das ist super. Ja, okay. Äh. Aber hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, hier ist... Ja, da hinten war eine Kiste. Wo? Aber sonst... Hier, oder? In dem Spiel gibt's auch gar keine Mini-Bab, ne? Fähigkeitspunkte. Wäre auch mal cool, eine Mini-Bab. Was brauchst du? Ja, es ist nicht dein Ernst, ne? Das brauchst du doch nicht. Ne, doch, in 5 war das super. Was doch nicht? Wozu brauchst du eine Map? Joa. Das lohnt mich mal wieder. Weil ich lauf schon wieder. Bin ich Wikipedia, oder was? Ne, nur mein Navi. Ja, ich brauche ein Navi. Da brauchst du bestimmt nicht nur mich. So, ich bin mal wieder hier unten. Und du bist wieder 30 Kilometer von mir. Ja, ich hab grad richtig gefunden. Grad eben hat's Ping gemacht. Moment, was war das? Gapte. Moment. Ach so, die Tür. Moment, was da hinten? Da ist nichts. Nichts, okay. Glaubt mir nicht. Ist kein Thema. Ja, ich muss gucken. Das ist so typisch, ne? Das ist das Allertypischste auf der Welt. Du sagst extra, da ist nichts. Und der Partner, wie er, wie er fies ist, geht schnurstracks dahin und sagt dann, da ist nichts. Das ist doch die allergrößte Verarsche. Ein bisschen. Munition für mich. Ja, für das. Oh. Ich liebe dieses Sturmgewehr. Das ist so geil. Hm, zart war. Oh, der greift direkt zu mir. Boah, was passiert man denn hier? Ein Mann weniger. Ja, macht auch nichts. Ja, Chris holt innerlich. Falls sind wir eh noch zu zweit. Ich freu mich schon auf diesen Spruch, ne? Ich werd den so feiern, wenn er kommt. Nein, ich glaub nicht in dem Kapitel, ne? Nee, ich glaub, ne, ich glaub im vierten. Ich werd den trotzdem feiern. Ich werd das so drunter schneiden. Ich werd den so geil. Hm. Es ist so richtig schön ein... Das ist mir auch egal. Das hört sich auch wieder falsch an. Er bewegt sich nach unten. Wir sollten aufhören mit Spielen. Es sehen jeden Satz zweideutige Sachen. Das ist dein Charakter. Dafür kann das Spiel nix. So, dafür... Oh, Piers. So. Ich bitte dich, dass es gibt... Wie jetzt? Ach, auf einmal! Auf einmal! Ich brauch dich! Eben bin ich noch der Penner von der Ecke und du kommst jetzt mit. Du musst mir jetzt helfen. Ja, nö. Nö. Okay, doch. Ich bin ein netter Mensch. Oh, die Wachen haben sich gerade eben so schön gekreuzt. Ach, sah das süß aus. Die Wachen hätten auch helfen können. Tschüss! Viel Glück beim Sterben! Das geht! Das hat Chris doch gar nicht gemerkt. Der ist doch so fett, der hat das so nicht... Was ist denn jetzt los? Ach so. Hä? Ja, ich bin hier oben. Ich seh Piers seinen Arsch, ja. Ich hab ne Ressi-Steuerung. Also, ne traditionelle. Oh, wie schwer. Nicht lange. Unser Ziel ist im ersten Stock. Alle herkommen sofort. Ich komm gleich. Ich komm später. Jetzt ist es wieder wie immer. Meine nur Dingens hier einrennen. Ich komm mal nicht. Was ist denn hier los? Warum komm ich denn da nicht? Warum komm ich da nicht dran, Piers? Warum bist du so... Du bist doch gar nicht. Du bist doch ein schlanker junger Gott. Aufheben. Ja. Trampel den nochmal. Oh, trampel den einfach nieder. Wo ist das Problem? Ich guck nochmal. Ich geh absichtlich zurück. Vielleicht ist da noch was. Los, eh. So viel Zeit muss sein. Fähigkeitspunkte. Yeah, noch mehr. Hier ist gar nichts. Aber ständig hört man dieses Züngeln von der Schlange, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich höre das nämlich auch. Das geht mir nicht voll auf den Sack. Ich habe immer das Gefühl, dass es genau hinter mir steht. Ja, das haben sie wohl auch so beabsichtigt. Genau, was ich auch sagen musste, wo ich das erste Mal das gespielt habe und ich... Resident Evil hat es doch noch drauf, Stimmung aufzubauen. Sie haben es... Sie haben es definitiv noch drauf. Also, was ich gerade eben gesagt habe mit den Geräuschen und so, das ist echt stimmungsvoll. Also, ich habe... Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so hinter... Jeder Trill musst du schon aufpassen, was du machst. Also, es ist echt... Sie können es doch noch! Ja, sie haben es ja... Bester positiver Beweis war eigentlich Resident Evil Revelations, ne? Richtig, richtig gut. Ja. Ey, diese Monster, die sind ja auch... Was denn? Ne, ich muss das mal ja erkunden. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ich stehe einfach mal da. Das ist dieser Final Fantasy-Trieb. Ich weiß auch nicht. Das ist der. Das ist dieses Städte-Erkunden und... Du könntest was verpassen und... Irgendein Item oder so, dann später ärgerst du dich dann. In dem Kapitel sind wir die ganze Zeit in deiner Stadt. Ist das nicht toll? Ja, John, jetzt... Ich... Echt? Ja. War doch noch eine Tür, oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, da unten, wo ich bin. Schrei mich nicht an! Das ist nur Leidenschaft. Darauf... Ich muss mir einen Eimer holen in der Pause. Ja. Das ist mir... Nee. Ich kann jetzt nicht. Was machst du da oben die ganze Zeit? Na, ich farme. Was denkst du immer so hier oben? Das ist so viel kann da doch gar nicht sein. Doch. Ich komme ja schon. Ich muss meinen Weg nach unten finden. Das ist gar nicht so einfach. Hm, dann muss ich, glaube ich, in die andere Richtung, weil ich eine Treppe auf der anderen Richtung habe. Warte mal, geht's hier oben. Ah, nee, die ist... Nee, vergiss es. Hm. Keine Ahnung, wie du runter... Wie du... Oder muss ich noch was machen, damit du zu mir kommst? Ach, hier. Ich habe es schon durch... Durchgang gefunden. Ja. Hallo! Oh, geht's dir gut? Du lebst noch. Dein Name steht in Grün da. Von daher... Ich war jetzt echt fies. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Alter! Geht's deinem Herz gut, ja? War das der Clothombie 2.0? Ja, wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, müsst ihr bei Solly in den Kanal reingucken. Ich weiß es nicht, aber es muss heftig gewesen sein. Aber Chris interessiert das nicht. Ist ja noch irgendwas. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Geht vor. Ja, ja. Ja, geh weg. Gleich wieder weg. Ja, ich bin auch drin. Ach, diese Schlange, ey. Das war ein langwieriges Miststück. Ich führe meine Hände schon gar nicht. Das ist ganz geil. Das ist schlecht. Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es. Schnell und gnadenlos. Schnell und gnadenlos. Was ist denn da drinne? Kann ich jetzt keinmal was machen? Nee, natürlich nicht. Das ist ein Kühlschrank. Das ist schon großartig. Hast du Kissen schon gefunden? Nee, ne? Ich bin schon unten. Achso. Ich gucke mir gerade den Toten an. Wer ist Jess? Okay, wenn ich jetzt japanisch könnte, würde ich euch das vorlesen. Ich kann japanisch, aber ich kann ja keine Schriftzeichen. Deswegen... Irgendwas mit Glück steht da. an der Wand. Das kann ich noch erkennen. Naja. Glück brauchen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Hier drüben. Kannst du überhaupt was ohne mich? Da ist so eine Tür, nee. Und ich kriege die nicht aus. Ich will ja nichts sagen, aber in meiner Wohnung habe ich auch mindestens zehn Türen. Und ich weiß ja nicht, wie Chris das überhaupt schafft, irgendwelche Türen aufzukriegen, ne? Ich hänge irgendwie fest. Stimmt. Achso, das ist... Knifflig, hä? Ja. So eine Fifa-Wir. Hallo, Schlucki. Ja, ich bin noch hier. Hier drüben! Hallo? Mach doch mal was. Pierce, mach doch mal was. Kreist hast du? Ja, mach ich doch. Äh, hallo? Äh. Pierce? Mach. Gut. Ach, zack. Ha! Ich hab's gemacht. Oh, dich du. Hahaha. Kein Problem. Hm, kein Ding. Was geht denn jetzt, Lop? Oh, ich will es. Snack-Time. Wo bist du, Misty? Ja, ich wollte. Pierce, du darfst nicht so männlich sein, dass Chris mich gleich vor eins und ich fresse. Sind das Schweine oder sind das K... Schnitzel? Hahaha. Chris kriegt Hunger? Was ist das? Knabbert er mich grad an? Boah, ich bin so intelligent. Genau, Chris. Siehst du, Resident Evil hat schon wieder funktioniert. Es hat schon... Es hat sich schon wieder funktioniert, Chris umzubringen. Es hat nicht funktioniert. Genauso wie vorhin. Hat auch nicht funktioniert. So, jetzt ist es aber mega hätt... Ah! Was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir in dieses gefräßige Maul reinschießen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich seh's aber nicht. Ja, das ist ihre... Da, da ist er. Ich glaub, man muss draufschießen, damit sie sichtbar wird. Und dann... Ja. Äh, und jetzt das Maul treffen. Ne, jetzt haut sie wieder ab. Immer wieder einmal, sobald man sie sieht, schießen und dann... Ja, hab ich. Ich hab ja meinen Sturm gewählt, deswegen... Ah! Da ist er. Und jetzt ist Maul... Nein, ich klappe mir anders an. Ich weiß nicht. Nicht an, Knabbert. Ich bin sensibel und hübsch. Ja, eben. Ich wüsste es nicht so hübsch. Deswegen frisst er dich, ja. Ja, danke schön. Sieht lecker aus. Da ist er. Ja, ich seh ihn doch. Bist du einfach... Sturmgewehr zu... Ah! Gerade jetzt geht die Muni aus. Nein, nicht gut. Warum so mei? Ich rette dich, sobald er es Maul aufmacht. Nein. Mach das Maul auf. Hä? Nein. Gibt's noch? Nein. Warte. Oh, ich hol dich. Kein Problem. Weil du eine Heilung hast, nutze sie jetzt. Warst du spät? Sie fress dich! Ich hab... Mein Kumpel hat gerade... Ja gut, das... Das war ich fies. Die hat's ja... Die hat's ja voll auf dich abgesehen, ey. Was bin ich denn? Ich bin hübsch, ja. Und ich bin lecker und... Ja, und ich bin nicht so fett wie... Fett! Tschüss, es kommt doch nicht ich! Eine Schlange mit Geschmack. Geschmack 4. Alter. Scheißegal. Vorher ist es lecker. Okay, nochmal den Spaß. Wo ist er? Ich find das schon spannend gemacht, so mit dieser... Da, da ist er. Ah! Geh mal mit ab, ich stehe weg damit. Ah! Mach's Maul auf. Mach das Maul auf. Nein, es ist schon wieder weg, verdammt. Das hat's ja nicht gebracht. Ja, mit den Sturm, wir werden nicht so schnell ziehen. Da! Was hast du denn mit mir? Was hab ich dir denn getan? Was findest du mir denn so toll? Häh? Erzähl mir das mal, du Mistvieh. Kräfte mal Chris an. Den kriegst du nicht in den Mund, das ist zu groß. Ja, wir müssen daran erinnern, dass Chris irgendwann zum... Ah! Ah! Wenn schwarz ein Loch wird, und dann... Ah! Ich hab dich... Geh doch mal ihn an. Wo sind wir denn hier? Ich glaub, die wollten mich eh mehr erwischen, aber... Ich hab sie... Er hat ja super funktioniert. Erwischt. In den Mund, in den Mund, ich seh nix! Oh, nein! Jetzt hat sie mich. Warum immer ich? Erzähl mir das mal. Wieso? Die hat mich doch grad... Ah! Das wollte mich eigentlich angreifen. Ich bin nicht fast tot. Ich brauch Hilfe. Hier, ich klinge auf Boden. Ja, warte, 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 warte. Komm, ich komme, ich komme. Hä? Weiter? Kreis, Kreis. Äh, ich werd angesabbert von der Schlange. Super. Wie soll man da reagieren? Ich hab dich... Ich hab dir doch... Ja, weil kurz daraufhin hat sie mich wieder angeschlabbert. Das war bei mir eben auch so. Und mein Controller hat eben rumgeschoben. Ja, ja, das hab ich ja gesehen. Das... Da kann man ja nicht reagieren. Da kann man sich ja nicht heilen in der Zwischenzeit. Und ich hab auch keine Heilung. Das ist ja der Dreck. Ich hab nix. Warte mal, ich guck mal. Ich guck mir die Umgebung an. Vielleicht liegt hier Heilung. Kurz davon abgesehen von der blöden Schlange. Ich weiß, wo die ist. Ich hab's erwischt. Ich hab's voll erwischt. Voll ins Maul. Ja, hatte ich vorhin auch. Aber das bedarf mehr Treffer, bis sie Ruhe gibt. Nee, hier gibt's keine Heilung in dem Scheißgebiet. Das gibt's doch nicht. Piers, was machst du? Du sollst schießen und sich in das Maul reinwerfen. Oh, Mann. Ich könnte dich auch auf ein Wimmertablett rausschieben, Piers. Und da kann ich... Ah, ich seh nix. Dankeschön. Wo ist sie dann? Wo ist das mit Schick da? Hä? Okay. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Also, ich glaub, da haben wir echt einen Feind fürs Leben gefunden. Ob, ich hab doch Intens... Ja, sehr schön. So muss das. Ich nehm ne andere Waffe. Ich nehm den Granat. Pfeffer, warum nicht? Das ist schließlich ein Boss. What? Ja, da kannst du auch mit. Hey, beim Boss darf man das. Das ist hinter mir! Warum? Ich seh nix. Hä? Ach so. Ja, super. Das war jetzt ein bisschen außerplanmäßig, glaub ich. Jetzt müsste es genau vor uns sein. Links. Bist du? Wo bist du? Ja, ist es. Links. Ja? Links ist es. Ja, ich hab's. Mach's mal auf. Nein, ich hab nicht getroffen! Oh, ich hab doch... Die Drehung hab ich diesmal geschafft. Ein Glück. Ich lebe noch. Oh Mann, aber nicht mal... Ich leb nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Okay, also mit dem Granatwerfer anschießen will ich nicht mehr. Jetzt müsstest du rechts fahren. Die hat schon wieder Hunger nach mir. Bitch. Jetzt bist du dran, nicht mehr ich. Ja, eindeutig. Oh, du bist in den Mund, in den Mund. Ey, ich hab doch getroffen. Ich lebe noch, aber ich bin fast tot. Och Mann. Jetzt müsstest du wieder links in der... Sie haut ab! Oh, Gott sei Dank, sie haut ab. Ja, ich bin noch fast voll. Das bedeutet zwar nicht, dass wir sie geschafft haben. Nein, ich geh vor, ich geh vor, ich geh vor. Okay, ja, ich hab... Muss ich mir Chris deinen Arsch nicht angucken. Ja, super. Ich hab Pierce's Arsch. Chris, dein Ethan, ist viel angenehmer. Äh, sagst du. Ich... Ich warte einfach, bis du weiter vor bist und dann... Er trage ich das vor. Nein, lass mich los, du gehst doch vor. Ich kann nicht vor, ich hab nur noch einen Balken. Och, du gehst vor. Nein, du gehst... Bleib vorne. Wieso, als ich zurückziehen will? Zu krass. Ich hab mir gerade anders überlegt. Du kannst ja auch L... Gehst doch vor. Du kannst L1 gedrückt halten, dann bist du jederzeit schussfähig. Ich bin schon durch. Ich bin schon durch. Oh, nein, 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 lass mich in Ruhe, du Mistfweight. Bin gleich da. Warum immer ich? Oh, viel Zeit Kopfschmerzen. Och, Mann, ich wünsch mir echt Heilung. Lass mich los, du Mistfied. Komm, bin gleich da. Ich kann man nicht essen. Nicht? Bin neu, ich bin... Ich bin zwar sexy, aber der müsste es da nicht leicht übertreiben. Jetzt mach doch mal hin. Ihr habt ihr voll die Action... Ach, da bist du auch schoné gegonnen. Ja, ich sammle erst mal die Kisten mit der Hoffnung, dass da... Da, 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 rechts ist das Vieh, rechts. Items, das Vieh ist mir gerade erst, äh, ist mir gerade ein bisschen egal, das Vieh, weil ich will Items, ich will mich heilen. Aber ich kriege anscheinend nix. Ich bin gerade in den Nachbarraum gegangen, mit der Hoffnung, da was zu finden. Aber nee, keine Heilung, ey. Gibt's doch nicht. Nur Muni. Überall Muni. Keine Heilung. Was soll'n' das? Wo ist Muni? Ja, da, 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 lass mich in Ruhe, du Mistvieh, lass mich. Ich bin nicht zum Essen da, ich bin doch nur... Ach, da könnt' ich durch, nee, das bringt dir jetzt nix. Du, jetzt könntest du mal deinen Arschhählen bewegen, das wär' super von dir. Ja, aber ich hab' nur nen Balgen, ne? Oh, wär's doch nicht dein Ernst. Eintreffen, ich bin weg. Das ärgert mich, ich hätt' echt gern mal ne Heilung hier gefunden, aber... Nix. Munition, das wär' viel... Nee, ich find' ständig Muni, ist total blöd. Oh, ja, ja, okay. Ich helf dir. Ja. Ja, du machst ihn voll fertig, ich seh's. Mit seinen Augen, mit seinem bösen Blick. Ja, das stimmt, ich hab' gar nix gemacht. So, Achtung, jetzt in den Mund. Jetzt bin ich tot. Jetzt mach' ich schon das fünfte Mal. Und du? Ich bin begeistert, mit dir. Ich bin am Rand des Todes. Yay, Kontrollpunkt. Auch wenn du grad gefressen wirst, aber hey. Warum? Warum? Warum suchst du mich eigentlich immer? Seh' ich irgendwie aus, als könnte ich... Also, du hast Heilung, ich will auch. Ja, natürlich hab' ich Heilung. Hey, gut, du hast mich mitgeheilt. Danke. Wie geht's? Äh, in dem Sinne, werte Freunde, machen wir an dieser Stelle einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, genau.